Neben dem eigenen Geldbeutel kommt das Energiesparen in der eigenen Wohnung auch dem Klimaschutz zugute. Mit nur wenigen Tipps kannst du wahres Geld sparen. Um deinen Stromverbrauch zu senken, nutze mehr Geräte ohne Akku und direkt im Netzteil. Diese Geräte verbrochen weniger Strom. Achte auch darauf, dass du deine Geräte nicht auf Standby laufen lässt. Zieh immer den Stecker oder schalte deine Mehrfachsteckdose ab. Beim Neukauf von Geräten solltest du auf die Energieeffizienzklasse achten und prüfen, welche Altgeräte du ersetzen kannst. Überlege dir auch, wie groß dein Kühlschrank wirklich sein muss und passe die Größe deinen tatsächlichen Bedürfnissen an. Ein leerer Kühlschrank verbraucht mehr Strom, als ein gut gefüllter. Achte außerdem darauf, dass du nicht unnötig das Licht brennen lässt und wechsle zu Energiesparlampen. Diese können bis zu 70% Strom einsparen. Um weiter Energie zu sparen, kannst du dir wassersparende Duschköpfe zulegen und zum Beispiel beim Händewaschen auf warmes Wasser verzichten. Stellst du auch deine Heizung nur um ein paar Grad runter, kann das schon zu hohen Einsparungen führen.